So, herzlich willkommen hier bei die Siedler 4. Schön, dass ihr jetzt zugeschaltet habt, freut mich. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Ich habe das ganze Netzplay schon mal gemacht, allerdings, äh, hier, Drachenmorin, das vierte wollte ich schreiben, also vier Punkt. Ja, und Punkt ist bei mir, oder war bei mir, Aufnahme, Start, Aufnahme, Beenden. Und dann hatte ich nur die Hälfte aufgenommen. Ja, war ja nicht so schön, deswegen, aber dafür, ja. Genau, dann mache ich jetzt mal so. Jetzt weiß ich ja ein bisschen mehr, worauf es ankommt. Und so, da mache ich noch ein bisschen hier. Da mache ich noch mal ein bisschen da. Und der da, mache ich dann noch mal ein bisschen da. Aha, der hat beendet, sehr gut. So, ich hatte auch zwischendurch mal hier überlegt. Und, achso, äh, genau. Hier, das ist das, der geht jetzt mal hier hin. Hier treffen die sich mal. Und die auch. Die treffen sich auch mal hier. Und er hier geht mal weiter. Und das sind zwei, ne? Er geht jetzt mal hier hin. Und er geht mal hier weiter. So, er hier unten. Geht mal zurück, weil ein Dienst ist. Ich mache hier nochmal. Ach nee. Hier ein mittleres. Genau, Steine fehlt nämlich. Genau, das habe ich mir überlegt. So, Steine waren hier irgendwie. Wie? Der da, ich hatte ein. Da geht nicht. Weiß es gar nicht mehr. Hier. Und hier auf jeden Fall. Eher so, ne? Ne, so. Zack. Zack. Die können sich erstmal hier hinbegeben. Und da hin, genau. Obwohl, es ist ja dann auch wiederum egal. Ich wollte ja, genau, hier wollte ich dann später fänden, überhaupt. Genau, ich wollte hier mal, genau, da ein mehr machen. So. Eine hatte ich jetzt hier. Allerdings, ich wollte mal auf die Uhr gucken. So. Da. Das da auf jeden Fall machen. Äh, ein Holzarbeiter, Bauarbeiter, tata, tata, tata. Förster, Bergmann, sechs. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das heißt, ich habe von Anfang mehr Bergmänner. Und da ist auch ein Stein-Dings. Aber ich hole hier mal, hier war irgendwo Stein, ne? Hier. Genau, so. Warte mal. Nee. Da. Das wollte ich auf jeden Fall so. Zack. Das auf jeden Fall so. Zack. Schwefel brauchen wir ja gar nicht. So. Das ist überall das Gleiche angeliefert wird. Weil hier halt das noch ist, ne? Ah, MadsGuy. So. Jetzt haben wir hier Kaserne. Genau, die kommt woanders hin. Da hatte ich nämlich eine Idee. So. Achso, ja, genau. Aber die, die hat null. Okay. Gut. Ähm. Acht Holz. Ja, genau. Ich wollte nämlich... Die haben nämlich zwei. Sehr gut. Genau, so. Da ist mir auch noch einer. Der geht auch mal zurück. Geh mich alle zusammen mal hin. So. Hier sind auch zwei. Der eine geht einfach mal da links. Der andere geht einfach mal hier links. Ah, hier unten nicht. Hier war auch noch einer. Ah, das ist ein Bogen. So. Das heißt, da gehe ich mal da hin. So. Hier ist auch noch einer. Der ist nämlich... Ach, der geht dann da hin. Weiter. Der bleibt da mal. Ah, so. Die zwei. Wo sind die anderen hingegangen? Das sind drei. Gut, wo sind die anderen hingegangen? Da. Ach, da ist noch ein... Ah, da ist ein Bogen. Ja, da... Okay, das ist ein... Schwertkämpfer. Okay. Super. Perfekt, perfekt. Der kommt dann da nochmal hin. So. Der machen wir gleich auch. Der geht mal hier hin. War hier nicht einer? Hier ist... Ah, der ist da. Okay. Sehr schön, sehr schön. Ah ja, genau. Steinmine. So, Steinmine war ich hier gut, ne? So. Zack. Ah, dann werde ich mich hier nochmal ein Stein-Dings holen. So, dann müsste man eigentlich zwei haben, ne? Förster. Steinmetz zwei. Aber Spitzhacken hatten wir noch, oder? Da. Das heißt, den dritten Steinmetz ungefähr, ja? Da würde ich den dann setzen. Rechts. Und wenn hier die Bäume ein bisschen weg sind, dann würde ich da... Hier fehlt Stein, fehlt hier. Okay. Und drei Dinger habe ich schon überlegt. Drei, äh... Wie heißt das jetzt? Ach, die Musik wollte ich... ...untersetzen, ne? Genau. Ja, ich glaube, das hatte ich schon in der vorigen Aufnahme, die ihr nicht mitbekommen habt, geregelt gehabt. Genau. Da, hier, der. Der muss doch noch weg. Nee, da. Da. So, den Baum, der muss jetzt nächstes weg. Sehr schön, da, 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 da. Sehr gut, so. Nee, der Baum ist weg und dann der und dann mache ich da was hin. Genau, so. Und hier vielleicht die zweite Bäckerei, dann. Wo hier auch was hin könnte, ne? Hier die zweite Bäckerei. Und dann vielleicht hier die Mühle, ne? Oder hier die drei Türme. Geht das? Aber sagen wir mal, hier einen Turm. Als Beispiel. Aber dann geht da kein Turm mehr. Schade auch. Ja, die sind ziemlich groß nach hinten, ne? Ich hätte gerne drei, die sich dann gegenseitig beschützen können, weil, wisst ihr? Genau. So, der ist weg. Dann mache ich mal hier weiter. Geht er mich nicht mehr so weit. Wohl. Ja, doch, da ist auch wichtig. Wer wegkommt. Der muss aber auch noch weg. So, der kriegt jetzt einen Auftrag, das da erstmal wegzumachen. So, die machen ja alle schön. Der hat auch immer schön. Der hat nur immer sehr wenig, deswegen brauche ich eine zweite Bäckerei. Deswegen muss der da weg. Der Baum. Genau, so. Ja, ja, Perfekto. Sehr schön. Wo hatte ich denn jetzt die... Dings hingebracht eigentlich? Ach, da sind die. Okay. Wo sind dann aber die anderen zwei? Es geht doch schneller, ne? Hier waren doch... Ach, da ist der eine. Ach, da. Hey, hey. Das ist ein... So, er geht da mal... Ja, doch, da ein. Geht da mal hin. Dann kann ich hier auch die... Ich wollte hier genau drei grün. Immer schön grün. Ach so. Ja. Erstmal eine Steinmine. Sogar vier mache ich dann, ne? Er ist, wenn die Steinmine da ist. Drei. Vier. Weil der ist ein bisschen zu dicht, glaube ich, ne? Zu dicht drinnen, meine ich. Dann mache ich den mal. So. War auch so. Dann mache ich... den so. So, fange ich da mal an. Der da ist noch zu dicht, glaube ich. So. Das heißt, den mache ich dann da so hin. Den da mache ich dann da hin. Und irgendwann dann auch auf der anderen Seite. So, genau. Ah, Steinmine. Hat schon zwei Brote. Und hat ein... Dings. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich doch. Gut, hier. Hier, äh, ach so, ja. Dings. Wie weit geht das hier noch weiter? Wo ist denn der? Da ist der. Der ist da. Sehr schön. Und hier ist... Hier ist gar kein... Wieso ist hier keiner? So. Äh, wo haben wir den da hin? Da, 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 da. Da, das brauchen wir erstmal nicht. Äh, naja, das brauchen wir vier Stein. Das heißt, ich brauche... Ich behalte... Den da... Zwei behalte ich vielleicht auch erstmal. Aber wo sind die zwei? Da ist noch einer. Da war Stein. Hier war auch Stein, ne? Mal überlegen, ob ich denn hier... Ich würde hier gerne alles aufbauen. Hier würde ich zwei nebeneinander. Da ist ja auch noch was. Und wo ist der letzte? Der müsste vielleicht hier irgendwo... Nee. Aber ich hatte doch fünf vor, ne? Ich habe da jetzt drei hingebracht. Oder ist einer schon gestorben? Eins, zwei, drei, vier! Okay. Gut, dann kann einer erst... Ja, einer bleibt da. Mehr Stein, mehr Stein auf jeden Fall. Ja, klar. Oh, es geht echt weit hier. Ja, wenn der weg ist, dann kann ich hier... Auf jeden Fall... Ja, genau. So, dann gehen da hin. Dann kann ich hier nur vier Steine... Aber der ist nicht so ertragsfindig, wie ich gehofft habe. So, da läuft es. Das läuft auch. Sehr schön, sehr schön. Die ist auch da. Das heißt... Ah, hier können wir... Sehr schön, sehr schön. Freut mich doch. Freut mich doch. Der hier läuft hier auch. Sehr gut. Und der hier... Genau, der läuft hier. Und der da läuft schon hier. Ja, das funktioniert doch. Freut mich doch. Sehr geil, sehr geil. So, da ist einer. Der geht schon mal mal da. Seit 15 Minuten nicht mehr gespeichert. Okay. Jetzt speichere ich das andere über, ohne Punkt zu setzen, wo ich es jetzt könnte. So, so. Boom. So, der... Ah, der hat da wieder Dings. Da ist der. Ja, okay. Gott. So, der geht da längst. Hier war jetzt keiner? Wieso war da jetzt keiner? Ich wurde ja noch nicht angegriffen. Obwohl ich mich beeilen sollte. So, die vier... Die holen sich jetzt hier mal mehr Land. Wo es eigentlich hier mehr könnte, ne? Hier war noch Stein, ne? Ja, da einen. Das wäre vielleicht besser. Wo hier auch... Da oben auch Stein ist. Äh, ich hol's mir hier. So. Äh, genau. So, die, die da jetzt hier stehen, die vier. Machen wir so. So. Da siebt sich. Drei Schaufeln könnte ich nochmal machen. Eins, zwei, drei. Dann könnte ich nämlich mehr Siedler. Nochmal fünf und nochmal fünf. Das sind zehn und hier nochmal. So. Dann habe ich mich nur noch zwei. Dann mache ich nochmal ein Haus. So, ne? Genau, acht Stein. Elf haben wir. Sehr gut. Dann können wir die so langsam machen. So, und das da auch so langsam. So langsam müsste es bei mich anfangen. Sehr schön. Freut mich doch. Da bin ich schon mal ein bisschen zügiger, was das angeht. Als beim letzten Mal. Holz haben wir ja schon immer genug, ja. Ja, jetzt fangen wir dann mal an, die vierte hier zu bauen. So. Bäckerei kann ich hier nicht bauen. Das ist ja blöd. Dann brauche ich die hier hin. Und eine zweite Mühle. Jetzt haben die Siedler erstmal zu tun. Äh, ja, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die, das, das, obwohl die, ja doch. Die haben erstmal nicht so eine hohe Priorität. Genau, so. Da ist noch ein Holz. Ich hatte hier auch noch, die sind auch fast fertig. Sehr schön. Ja, die haben echt sehr weit zu gehen, ne. So. Einmal einen Stein pro Gang. Und hier, ja, der hat immer einen Stein da. Ich hatte hier auch ein Lager. Hier hatte ich, glaube ich, ein Goldlager. Die Kaserne hatte ich wohin getan. Ich glaube, hier, ne. Eisenschmelze. Ah, das waren die Waffen links. Genau, da auf jeden Fall. Zack, zack. Eins, zwei. Das auf jeden Fall. So. Die Kaserne hatte ich dann hierhin getan. Ja. Passt. Ja, genau. Das ist ja im gegebenen Sinne fast egal erst mal. Das heißt dann... Äh, wo waren wir jetzt? Lager. Ein Holzlager. Hierhin. Und hierhin, Steinlager. Aber hier hatte ich einen Steinlager, ne. Ahem. Und hierhin, ein Holzlager. So. Okay. Da, acht von acht. Ah. Und hier auch sechs von acht. Okay. Gut, deswegen machen die hier auch nicht so viel. Das ist wichtig. Ja. Wie weit geht das hier? Ah, da kommt schon welche aus. Sehr schön. Das freut mich doch. Dann direkt ein nächstes. Weil ich mehr Siedler brauche. Auf jeden Fall. So. Ich schicke die mal hierhin. So. Der kann dann weitergehen. Der kann da weitergehen. da ist keiner. Da wollte ich jemanden hinschicken. Ja. Unten. Da. Da. Insel erkunden. Sehr schön. Das freut mich doch hier. Die ist schon da. Sehr schön. Die Bäckerei noch nicht. Obwohl die... Naja. Egal. Gut. Der hatte ich auch freigelassen. Okay. Ja. Sehr schön. Die hatte ich auch frei. Ja. Sehr schön. Die sind fast fertig hier. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das läuft doch hier. Schön. Freut mich. Ich brauche mehr. Da wieder. Zack, zack. 100. Vielleicht direkt mehr machen noch. Bumm. Ja. Ist das schon ganz fertig? Ja. Ist schon durch. Gut. Schön. Freut mich. Ja. Und dann wollte ich... Ja. Hier, ne? Ja, genau. Deswegen muss da dann auch so, dass ich da auch langsam die... Hä? Wieso sind da jetzt wieder zwei? Achso. Der geht dann hier hin. Der geht dann hier längs. Oder der kann auch mal hier längs gehen. Hier ist wieder Stein. Sehr schön. Das ist doch cool. Weil hier ist halt einer hingegangen. Wo ist denn der? Da kommt er. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So. Ja. Okay. Ich mache mal ganz kurz. Ich stoppe mal eben. Ich will mich mal wissen, wie lange ich jetzt aufnehme schon. Kann ich das sehen? Ich weiß gar nicht, ob mir jetzt weiter aufgenommen wird. Äh, ne, kann ich mich nicht sehen. Aber ich glaube, ich dürfte so langsam durch sein. Gut. Und dann wünsche ich hiermit erstmal... Ja. Äh, äh... Äh, ah, die ist fertig. Sehr geil. Genau. So. Das wird gemacht. Das Steinlager. Das da wird gemacht. Sehr schön. Ja, 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 ja. Sehr schön, sehr schön. Da ist noch nicht ganz fertig. Fehlt noch ein Stein. Der wird... Ah, der ist auch gleich fertig. Sehr gut. So, ich glaube, da war der Eingang, ne? So. Ja, gut. Der wird auch. Da ist auch schon ein Weg. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Da ist jetzt einer. Sehr schön. Machen wir mal kurz hier links gehen. Das ist hier fast ganz unten, ne? Ja. Gut. So, da müssen noch mal... Ach, da ist die Grenze. Da sehe ich schon. Okay. Super. Ja, dann... Lager, Lager, Lager. Ja. Herr Witter, ich sehe unten links 13. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Und freut mich. Danke, dass ihr zugesehen habt. Freut mich, wenn ihr im nächsten Mal wieder einschaltet. Und hier bei die Siedler 4 mein erstes Computerspiel. Bei Drachenmoin. Tschau. Tschau.